Das Pico-Expert-Modell der E10.3 der Deutschen Bundesbahn kommt als Neukonstruktion in den Verhandel. Das Epoche-3-Modell trägt die Loknummer E10-418. Die attraktive Kult-Lok war auch Eisenbahnfreunden unter dem Spitznamen Jüdelfalte ein Begriff. Den erhielt sie wegen dem markanten, senkrechten Knick an der Front. Das Pico-Expert-Modell der E10.3 kommt in DC- und AC-Ausführung. Das Original dieser E-Lok wurde bei der BD Köln BW Deutzerfeld im Juni 1965 in Dienst gestellt. Die Dachausrüstung ist perfekt nachgebildet. Besonders bestechen die vorbildgerechte Nachbildung der Pantografen sowie die filigranen Dachisolatoren und elektrischen Zuleitungen im vorbildlicher Materialstärke. Das Modell besticht mit seiner gelungenen Kopfform, angesetzte Scheibenwischer, freistehende Front- und Türgriffstangen. Sie tragen so zum perfekten Gesamteindruck dieser E-Lok bei. Die Drehgestelle sind mit vielen angesetzten Details originalgetreu wiedergegeben. Die Lackierung und Bedruckung ist makellos wie trennscharf und entspricht in jedem Detail dem Vorbild. Das Modell ist mit einem Kurzkupplungsschacht nach NEM ausgerüstet. Beide Drehgestelle haben auf je einer Achse diagonal angeordnete Haftreifen, die zur Erhöhung der Zugkraft beitragen. Das Modell der E10.3 hat einen Zinkdruckgussrahmen und zeichnet sich durch einen leisen und sauberen Lauf aus. Die ausgezeichneten Fahreigenschaften verdankt die Lok des neuen 5-poligen Motors mit zwei Schwungmassen, die auch für ein vorbildgerechtes Ausrollen des Modells sorgen. Das Modell der E10.3 ist mit einer digitalen Schnittstelle PLUX22 ausgerüstet. Alle digitalen Funktionen sind mit einem entsprechenden 22-poligen Pico-Decoder abrufbar. Die Soundnachrüstung ist ebenfalls durch nachträglichen Einbau eines Lautsprechers und einem Sounddecoder problemlos möglich. Bei Fahrbetrieb erfolgt automatisch fahrtrichtungsabhängig der Wechsel von Dreispitz-Signal sowie der Schlussbeleuchtung. Die Schlussbeleuchtung ist extra schaltbar. Die Kabinenbeleuchtung ist ebenfalls separat schaltbar. Mit der feinen, originalgetreuen Nachbildung der Kult-Lok E10.3 zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis unterstreicht Pico auch mit dieser Neukonstruktion seinen Anspruch, technisch ausgereifte Modelle mit hohem Spielwert anbieten zu können. Das attraktive Modell der E10.3 der Deutschen Bundesbahn wird durch das hervorragende Fahrverhalten und das elegante Erscheinungsbild zum Glanzpunkt auf jeder Modellbahnanlage. Untertitelung des ZDF für funk, 2017